Kapitel 11 Abschnitt 7 Die Schau Christi Das Ego versucht dich zu lehren, wie du die ganze Welt gewinnen und deine eigene Seele verlieren kannst. Der Heilige Geist lehrt dich, dass du deine Seele nicht verlieren kannst und dass es in der Welt keinen Gewinn gibt, denn von sich aus ist sie ohne Nutzen. Ohne Gewinn in etwas zu investieren, heißt mit Sicherheit, dich selber arm zu machen und die Kosten sind hoch. Nicht nur bringt deine Investition keinerlei Gewinn, sondern der Preis für dich ist dazu noch gewaltig. Denn diese Investition kostet dich die Wirklichkeit der Welt, indem du die Deinige verleugnest und gibt dir nichts als Gegenleistung. Du kannst deine Seele nicht verkaufen, aber das Bewusstsein ihrer kannst du verkaufen. Du kannst deine Seele nicht wahrnehmen, aber du wirst sie nicht erkennen, solange du etwas anderes als wertvoller wahrnimmst. Der Heilige Geist ist deine Stärke, weil er nur deine Seele als dich erkennt. Er ist vollkommen gewahr, dass ihr euch selber nicht erkennt und auch vollkommen gewahr, wie er euch lehren kann, was ihr seid. Weil er euch liebt, wird er euch freudig lehren, was er liebt, denn es ist sein Wille, es mit euch zu teilen. Da er sich eurer jederzeit erinnert, kann er euch euren Wert nicht vergessen lassen. Denn der Vater hört nie auf, ihn an seinen Sohn zu erinnern, und er hört niemals auf, seinen Sohn an den Vater zu erinnern. Gott ist in eurer Erinnerung um seinetwillen. Ihr habt die Wahl getroffen, euren Vater zu vergessen, aber ihr wolltet es gar nicht wirklich, und deshalb könnt ihr euch anders entscheiden. Wie es meine Entscheidung war, so ist es eure. Ihr wollt die Welt nicht. Das einzig Wertvolle darin sind jene Teile, die ihr mit Liebe betrachtet. Das verleiht ihr die einzige Wirklichkeit, die sie je haben wird. Ihr Wert liegt nicht in ihr selbst, aber der eure liegt in euch. Wie Selbstwert von Selbstausdehnung kommt, so kommt die Wahrnehmung des Selbstwertes von der Projektion liebevoller Gedanken nach außen. Macht die Welt wirklich für euch, denn die wirkliche Welt ist die Gabe des Heiligen Geistes, und deshalb gehört sie euch. Berichtigung ist für all diejenigen, die nicht sehen können. Die Augen der Blinden zu öffnen, ist der Auftrag des Heiligen Geistes, denn er weiß, dass sie ihre Schau nicht verloren haben, sondern bloß schlafen. Er möchte sie aus dem Schlaf des Vergessens zur Erinnerung an Gott erwecken. Die Augen Christi sind geöffnet, und er wird mit Liebe auf alles schauen, was ihr seht, wenn ihr seine Schau als die eure annehmt. Der Heilige Geist bewahrt die Schau Christi für jeden Gottessohn, der schläft. In seiner Sicht ist der Sohn Gottes vollkommen, und er sehnt sich danach, seine Schau mit euch zu teilen. Er wird euch die wirkliche Welt zeigen, weil Gott euch den Himmel gab. Durch ihn ruft euer Vater seinen Sohn, sich zu erinnern. Das Erwachen seines Sohnes beginnt damit, dass er in die wirkliche Welt investiert, und dadurch wird er lernen, wieder in sich selbst zu investieren. Denn die Wirklichkeit ist eins mit dem Vater und dem Sohn, und der Heilige Geist segnet die wirkliche Welt in ihrem Namen. Sobald du diese wirkliche Welt gesehen hast, was mit Sicherheit geschehen wird, wirst du dich an uns erinnern. Doch musst du lernen, was der Preis des Schlafens ist, und musst dich weigern, ihn zu zahlen. Nur dann wirst du dich entscheiden, aufzuwachen. Dann wird die wirkliche Welt dir in die Augen springen, denn Christus hat nie geschlafen. Er wartet darauf, dass du ihn siehst, denn er hat dich niemals aus den Augen verloren. Er schaut ruhig auf die wirkliche Welt, die er mit dir teilen möchte, weil er die Liebe des Vaters zu ihm erkennt. Und in dieser Erkenntnis möchte er dir geben, was dein ist. In vollkommenem Frieden wartet er am Altar seines Vaters auf dich und bietet dir des Vaters Liebe an, im stillen Licht des Segens des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist wird jeden Heim zu seinem Vater führen, wo Christus wartet als sein Selbst. Jedes Kind Gottes ist eins in Christus, denn sein Sein ist in Christus, so wie Christi Sein in Gott ist. Die Liebe Christi zu euch ist seine Liebe zu seinem Vater, die er erkennt, weil er erkennt, wie ihn sein Vater liebt. Wenn der Heilige Geist euch endlich zu Christus an den Altar für seinen Vater geführt hat, verspillst die Wahrnehmung mit der Erkenntnis, weil die Wahrnehmung so heilig geworden ist, dass ihre Übertragung in die Heiligkeit einfach ihre natürliche Ausdehnung ist. Die Liebe überträgt sich ohne jede Störung in die Liebe, denn die Zustände sind identisch. Wenn ihr immer mehr gemeinsame Elemente in allen Situationen wahrnehmt, nimmt die Übertragung der Schulung unter der Führung des Heiligen Geistes zu und wird verallgemeinert. Schritt für Schritt lernt ihr, sie auf jeden und alles anzuwenden, denn ihre Anwendbarkeit ist universell. Wenn das erreicht ist, sind Wahrnehmung und Erkenntnis einander so ähnlich geworden, dass sie die Vereinheitlichung der Gesetze Gottes miteinander teilen. Was eins ist, kann nicht als getrennt wahrgenommen werden, und die Leugnung der Trennung ist die Wiedereinsetzung der Erkenntnis. An Gottes Altar wird die heilige Wahrnehmung des Gottessohnes so erleuchtet, dass Licht in sie hineinströmt, und der Geist von Gottes Sohn leuchtet im Geist des Vaters und wird eins mit ihm. Ganz sanft leuchtet Gott auf sich selbst und liebt die Ausdehnung seiner Selbst, die sein Sohn ist. Die Welt hat keinen Sinn und Zweck, da sie in Gottes Sinn und Zweck eingeht. Denn die wirkliche Welt ist leise in den Himmel geglitten, in dem alles Ewige in ihr schon immer war. Dort vereinen sich der Erlöser und die Erlösten in der vollkommenen Liebe zu Gott und zueinander. Der Himmel ist eure Wohnstadt, und da er in Gott ist, muss er ebenso in euch sein. Der Himmel ist die Erlöser, und der He fighting dir Näier 16-13-? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020